herzlich willkommen zum fünften teil von raven remastered wir sind ja letztes mal hier am hafen hängen geblieben oder beziehungsweise habe ich dann ausgemacht und jetzt vor vorhin irgendwann dann ja mal in der letzten folge die baronin hier vor und mit der immer noch einfach nach denke ich mal das wahrscheinlich ergiebiger als mit diesem ja kunstig oliver zu sprechen der sowieso nicht mag james james verstecken sie schon wieder hallo frau baronin inspektor wachtmeister nicht mehr lange wenn sich erst einmal herumspricht wie sie den jungen gerettet haben wird man gar nicht anders können als sie zum inspektor zu machen sehr freundlich frau baronin ich hoffe sie haben das abenteuer im tunnel gut überstanden ist es nicht ein skandal man bucht erste klasse und da muss man zu fuß auf den gleisen herum stolzieren und dann wollte man mich in einen bus verfrachten ohne gepäck die umstände madame ich habe auf eine limousine bestanden und bin nicht gefahren bis mein gesamtes gepäck geborgen war wussten sie dass das echte auge des wings nicht im zug war ich hatte keine ahnung inspektor legrand scheint es zu bevorzugen mich im dunkeln zu lassen dabei bezahle ich für all das hier inspektor sorgt sich um die sicherheit des auges zu recht trotzdem waren sie es der im zug die eigentliche arbeit gemacht hat ich wünsche ihnen dass die fahrt nach kairo weniger nerven aufreibend sein wird als der erste teil der reise kommen sie denn nicht mit ich befürchte inspektor legrand will mich nicht dabei haben wo steckt denn dieser verfluchte butler schon wieder james da sind sie ja soll der inspektor etwa alleine mein gepäck aufs schiff tragen also eigentlich baronin baronin von trebis hören sie mich sie ist ohnmächtig nein nein baronin noch mal kräftiger hallo hören sie mich helfen sie mir auf vielleicht sollten wir sofort warum und wieso ich könnte dr geppert holen nein nein kein arzt nur ein kleiner schwächeanfall stützen sie mich james bringen sie mich aufs schiff sehr wohl madame ob die wohl irgendetwas oder irgendjemand gesehen hat das war kein schwächeanfall sie hat irgendetwas gesehen das sie erschreckt hat oder irgendwen sehr interessant und dass sie es nicht zugeben will ist auch sehr merkwürdig tja zellner da habe ich mir das gleiche gedacht betrachte den wagen gehen richtung schiff wen oder was hat sie gesehen die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben was hier unten passiert ist an der beißt du dir die zähne aus wie kommt jemand ohne ticket an bord keine überzeugende spur aber die beste die ich habe das meer ist heute ruhig optimale bedingungen für eine kreuzfahrt ob man mit ihm reden kann besser nicht bestimmt ärger konstabler oliver scheint ein eher schlichtes gemüt zu haben aber ich glaube nicht dass er ein schlechter polizist ist wie er im tunnel reagiert und den zug hinaus geschafft hat gut ab ach wir können doch mit dem reden hallo konstable oliver ne können wir nicht es heißt constable ich wollte nur sagen dass sie im tunnel einen guten job gemacht haben mhm danke woher wussten sie nur wie man den zug in bewegung setzt mein onkel und mein vater sind bergleute mein onkel kümmert sich um den abtransport des abraums verstehe und sie haben ihm dabei über die schultern geschaut klar von nichts kommt nichts hat legrand ihnen von seiner theorie erzählt dass es sich um den echten raben handeln könnte natürlich hat er das wir sind partner aber das vorgehen passt doch überhaupt nicht der rabe war kein bombenleger wir haben den brief und die feder das ist ein erkennungszeichen jeder kann eine rabenfeder in einen briefumschlag stecken sie müssen es ja wissen was soll das heißen sie waren es um mich selber in die luft zu sprengen sie haben die bombe weggeworfen und sind nun der gefeierte held oder nicht und der rabe dürfte gut gezahlt haben das ist doch blödsinn ist es das nur sie ich und legrand waren im transportwaggon einer von uns muss den umschlag auf den tresor gelegt haben legrand nicht und ich auch nicht denken sie mal darüber nach jetzt reiß dich mal zusammen oliver wen haben wir denn da das ist wachtmeister anton zellner senore zellner ich habe von ihren helden taten in den bergen gehört willkommen auf der ms lydia danke ich wusste nicht dass sie mit auf große fahrt kommen aber ich freue mich ich lasse ihnen sofort eine schöne kabine fertig machen der wachtmeister wird uns nicht begleiten er hat andere verpflichtungen oh das ist aber schade ich hätte so gerne aus erster hand von ihren abenteuern gehört man legrand jetzt lass uns doch endlich auf das schiff da das kann es doch nicht sein gibt es doch nicht das hat er nur gegen uns ich würde gerne ihr angebot annehmen leider verhindern das höhere mächte zu bedauerlich wir sind bei weitem nicht ausgebucht und hätten mehr als genug platz für einen weiteren passagier der wachtmeister will sich sicherlich nur kurz an bord umsehen und verlässt uns bevor wir in see stechen wann wird das in etwa sein ach so ungefähr in 15 minuten sie haben es gehört Herr wachtmeister dürfte ich fragen wie ich zum frachtraum komme oh es gibt schönere orte hier an bord ich bin aber am frachtraum interessiert wieso das eine der reisethron erscheint mir verdächtig jemand könnte sich darin versteckt haben sie sie wollen andeuten dass sich der genialste und vermutlich reichste einbrecher europas in einer kleider truhe versteckt um als blinder passagier an bord zu kommen das ist nun wirklich nicht sein stil deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich dass er dahinter steckt und wahrscheinlicher dass wir es mit einem trittbrettfahrer zu tun haben und zum stil des trittbrettfahrers könnte es gehören alles zu tun was nötig ist zum beispiel sich in reisetruhen zu verstecken wenn man sein ticket verloren hat ach kommen sie ohne die hintergründe zu kennen ein angemeldeter gast würde auch ohne ticket problemlos an bord kommen können wie meinen sie das man kann eine fahrt auf der lydia nicht am schalter kaufen man bucht die reise im voraus und sind daher alle passagiere namentlich bekannt solange ein gast auf der passagierliste steht lassen wir ihn mitfahren egal ob er sein ticket vorzeigen kann oder nicht hatte einer der gäste kein ticket das kann ich ihnen nicht sagen wir fragen nach dem namen und gleichen ihn mit der liste ab das ticket ist kaum mehr als ein andenken für die passagiere so viel zu ihrer kisten theorie ich würde trotz allem jetzt gerne den frachtraum untersuchen also gut von mir aus aber in zehn minuten sehen wir uns hier wieder kapitän die konnte ich würde gerne noch zwei eilige telegramme aufgeben bevor wir abfahren gewiss inspektor sie finden den transportraum dort hinten durch eine tür auf dem vorderdeck können sie ihn betreten fünf minuten bevor wir abfahren wird das horn zweimal ertönen das ist das signal für alle hafenarbeiter das schiff zu verlassen in ordnung kommen sie bitte mit mir auf die brücke von dort aus können sie telegrafieren mir schwimmen die fälle davon ich muss im frachtraum etwas finden sonst ist meine kreuzfahrt vorbei bevor sie begonnen hat hm oh man dann mal los spülnase betrachte das längliche ding was ist denn das was ist das aha tja was ist denn das eine taschenlampe oder was überlege gerade ob man hier das vielleicht ein bisschen heller stellen kann na das ist die auflösung achso die auflösung habe ich letztes mal auch höher gehabt na egal sieht nicht so aus ne komisch 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 ein bisschen arg dunkel das ding hier so was muss ich denn jetzt machen wir haben hier ein cabriolet das ist das cabriolet der jungen frau anscheinend musste es unbedingt mit nach ägypten und der die darf zahlen ja was haben wir denn noch hier so an ein spinnt oder ist was auf dem boden oder die tür dieses spins ist nur angelehnt leer ok hm hm vielleicht cabriolet zweimal angucken oder so ja ja was haben wir noch was ist das ah hier da ist was hallo kommen sie da raus das spiel ist das spiel ist aus ich ich werde jetzt die truhe öffnen hm hallo ok ok da war ein geräusch zurück ach das ist neu scherben die scherben sind die scherben sind ich bin einfach zu schreckhaft da ist jemand ouch jetzt haben sie uns umgehauen oh bocke hm so sieht's aus hm 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 so dann mache ich mal kurz einen kleinen schnitt und werde speichern wer weiß wie das hier weiter geht hm hm wir haben hier einen kran eine kransteuerung ich weiß nicht ob da was ich glaube da kann man nicht dran packen oder? nimm das messer das geht auch nicht toll haben wir noch was eine kiste also noch hier ein tuch ok was passiert da? da ist was runter gefallen benutze das flacheisen ja mit was denn mit mit der kiste wie denn das? mit den füßen oder was? sieht es mir so aus als würde er das versuchen ok ok was ist denn in der kiste drin? scheuere die fesseln an der säge durch ach das scheint das scheint eine säge oder wie eine säge sieht das auch nicht aus sieht mehr aus wie so einzelne hier geblätter vielleicht ja oh ne da sägen doch jetzt kann man sie sehen was kann ich jetzt machen? kann ich jetzt die kransteuerung benutzen? mit den füßen? keine ahnung wie will er das denn machen mit dem stuhl aufstehen auf die kiste? oder was? das steht auf zerbrechlich drauf hallo tatsächlich er steht auf mit stuhl ist klar tolle nummer der gelenkige Herr Zellner jaaa fahren wir jetzt mit dem stuhl nach oben oder was? da hängen wir uns ein ja nicht sein ernst ne was wird das denn jetzt? hat mir was von Slipstick okay verdammte ach ach davon wird am besten niemals jemand erfahren ich nehme mal an dass das Schiff schon ausgelaufen ist eine Zelle eine Arrestzelle für Crewmitglieder oder vielleicht auch für randalierende passagiere hm ein Rohr kann man das aufheben an der Stange an der Stange kleben etwas Blut und einige Haare ok um die Haare tut es mir besonders leid kann man das mitnehmen? ich fasse sie auf der Seite ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an wer das Opfer ist wissen wir ja schon ja das bist du selbst das ist das da das ist das da ich betrachte das Schott ich gucke mal ob wir nach oben gehen können und ob wir hier rauskommen und ob wir hier rauskommen wer immer die Tür verschlossen hat ist kräftiger als ich hm kann ich die Tür mit dem Schauen wir mal durch Draußen ist es bereits dunkel wie lange war ich bewusstlos? ob man das Rohr zum Hebel nehmen können Ich sollte vorsichtig sein vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe Was soll das Zellner? Ich wollte prüfen ob diese Waffe kürzlich abgefeuert wurde Inspektor Was tun sie hier auf dem Schiff meine ich? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen Aber natürlich wurden sie das Hier Sehen sie Vorsicht auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein Sie erwarten doch nicht dass ich ihnen das glaube Doch Ich erwarte das Ich bin der Truhe nachgegangen Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt um unbemerkt an Bord zu kommen Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich um diese Fahrt mitzumachen Allerdings Wer immer es war Er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben Als ich eine Spur untersucht habe Ach ja Und auf mich geschossen hat man auch Das ist doch alles Blödsinn Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden hier zu bleiben Ich sollte sie über Bord werfen Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können Hm Das sieht wirklich nicht gut aus Sehen sie Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste Ich habe keine Waffe Der Doktor soll sich das mal ansehen Kommen sie mit Habe ich das mit dem Schuss irgendwie verpasst? Da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste Wieso denn geschossen? Haben die irgendwas weggeschnitten? Nee ist Quatsch, ne? Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner Beehren sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend Wir suchen Doktor Gebhardt Lassen sie nur Käpt'n Conti Die Conti Ich komm schon klein zurecht Sagen sie nur James Bescheid Er soll mich unbedingt um Viertel vor zehn wecken Verstanden? Gewiss Madame Unbedingt Ich werde es ihm ausrichten Ich zieh mich jetzt in meine Gemächer zurück Sie werden doch heute Abend um zehn im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen Es wird ein Ereignis Das kann ich Ihnen versprechen Jaja, da haben wir wohl eingezischt Die frische Meeresluft und das Eine oder andere Glas Champagner Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben Mit uns nach Kairo zu kommen Nicht ganz freiwillig Behauptet er Ich wurde niedergeschlagen Von hinten Aber das ist doch Doktor Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän de Conti Selbstverständlich Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner Ich werde den Doktor rufen lassen Ja Doktor Da sind Sie ja Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen Schlag auf den Kopf Oh Setzen Sie sich bitte hin Nun erzählen Sie schon Was ist passiert? Ja Ich wurde niedergeschlagen Von irgendeinem gemeinen Kerl hinter Rücks Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord Ich wurde niedergeschlagen Unverschämtheit Ich werde die Crew sofort anweisen Das Schiff gründlich zu Dich suchen Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen Mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh Ich habe mit Doktor Gebhardt gesprochen Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen Aber ich! Es tut ziemlich weh! Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben sie gesucht, aber nicht gefunden Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver Und darüber wird noch zu sprechen sein Allerdings Wie viele Finger sehen Sie? Was für Finger? Okay, drei Drei Finger In Ordnung Wo sind wir und? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein Es ist kurz nach 8 Uhr abends Das Dinner ist gerade vorbei Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon Zu einem kleinen Umdruck Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän Am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt Jeder Fahrt Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister Die Blutung hat schon aufgehört Die Wunde sieht gut aus Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule Danke Das ist doch ein Grund zum Feiern Genug von Ganoven und Dieben Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfarb genießen Inspektor Was? Ein dunkler Schatten Oberdeck Gerade eben Los, das sehen wir uns an Ich komme mit Ich auch Nein, Sie bleiben hier Wollen wir das ausdiskutieren? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen Zellner, Sie kommen mit nach Backbord Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten Verstanden? Aber Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz! Öffnen Sie die Tür! Was denn nun? Können wir mit dem Doktor quatschen? Doktor Gebhardt wollte unbedingt mitkommen Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war Alles klar Doktor? Natürlich Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen Sie haben den Inspektor gehört Was können wir denn jetzt machen? Jetzt können wir uns den Oliver noch angucken Die Baronin war sternhagelvoll Es könnte dauern Bis sie sich zur Tür bequemt Ja, dann gehen wir mal nach außen Hier geht das irgendwie... Bis gleich, Doc! Oh nein Oh nein Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen Ist ihm doch noch schlecht, ha? Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war Ja Geht schon Zellner, hier oben! Kommen Sie! Ich glaube, das kam von da oben Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben Wenn das nicht unser Schatten ist Und unser blinder Passagier Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich... nix Er behauptet, zur Crew zu gehören Hat nur kurz Luft schnappen wollen Aber sicher Die Baronin öffnet ihre Tür nicht Verstanden Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert Sie hatten Recht, es gab einen blinden Passagier Ja, aber der Rabe kann er nicht sein Er ist zu jung Richtig Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt Was war das? Ein Schuss Er kam aus einer der Kabinen Oje, ist Baronin tot? Oh nein Baronin von Trebitz? Baronin! Öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen Schnell! Schnell, Zellner! Der Mörder muss noch in der Nähe sein Hm, macht das Sinn? Es ist so gut wie niemand an Deck Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig Dieses Mal kriegen wir ihn Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los, wir müssen Zellner? Zellner! Verdammt! Jen Wen haben wir denn da ausgeschlafen? Jetzt wird man nicht frech, Kleiner. Ich habe mich nicht freiwillig geschlafen. Ich habe mich nicht freiwillig schlafen gelegt. Mir egal. Wir sind doch ohne Sie gut zurechtgekommen. Was hat mich so ausgenockt? Ja, das ist ja wohl klar. Tathergang, irgendwelche Verdächtigen. Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen noch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Gibt es andere Verdächtige? Und andere Tatverdächtige? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Hm. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner. Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Hm. Kapitän Di Conti. Interessant. Man müsste doch Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können. Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat. Wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen. Sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht? Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Hm. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner. Nein. Vermutlich nicht. Heißt der jetzt Robert Oliver? Also immer Konstable Oliver und dann wurde er angesprochen mit Robert. Also irgendwie bin ich da verwirrt. Aber gut. Ich mache hier an dieser Stelle mit dieser Folge auch wieder Schluss. Dann werden wir nächstes Mal wahrscheinlich ein intensiveres Gespräch mit Legrand führen. Direkt zu Anfang. Und mal sehen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt gar keinen Plan, wer jetzt hier wirklich derjenige sein sollte, der die Baronin umgebracht hat. Und warum eigentlich? Also was wusste sie? Vielleicht, sie hat ja irgendwas durch ihr Opernglas gesehen und vielleicht ist das der Grund, weshalb sie umgebracht wurde. Und vielleicht hat das auch gar nichts mit dem Rahmen zu tun. Sondern vielleicht wurde die jetzt gekillt aus einem ganz anderen Grund. Und müssen wir mal gucken. Ja, wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Dann sage ich an dieser Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr seid aber am nächsten Mal dabei. Bis dahin wie immer. Tschüss. Musik 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 Musik